moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei ausbruch auf der karte duga die verweigermission ganz easy lösen könnt und zwar wenn ihr die verweigermission annimmt kommt ihr hier in dieses haus und hier im erdgeschoss müsst ihr durch diese tür bzw die tür von innen nach außen öffnen dann könnt ihr hier auf diese tür hochklettern und jetzt müsst ihr aus dem fenster springen leute so einfach aus dem fenster rausspringen und ihr könnt hier out of map rumlaufen und ganz easy überleben das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video oder im stream